Hallo Nation, Marcel Sabitzer hat es heute bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Marcel Sabitzer ist seit Jahren eine feste Größe in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und Stammspieler unter Teammanager Ralf Rangnick. Vor dem zweiten Gruppenphasenspiel des ÖFB-Teams gegen Polen am vergangenen Freitag äußerte sich der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund zu seiner besonderen Rolle und gab einen kurzen Blick auf den BVB. Obwohl Sabitzer in der Bundesliga normalerweise als klare Nummer 8 im zentralen defensiven Mittelfeld des BVB positioniert ist, ist seine Position in der Nationalmannschaft eher offensiv. Die Rolle ist etwas anders. Aber wir spielen eher mit 13ern, die nach innen gehen. Aber natürlich gibt es Situationen, in denen man nach draußen geht, wer meine Spiele in Dortmund verfolgt, kann sehen, dass ich generell viel reise, nicht nur im Zentrum, sagte der 30-Jährige vor dem wichtigen Gruppenphasenspiel gegen Polen. Sabitzer über den neuen BVB-Trainer, natürlich gab es auch Diskussionen. Ob er lieber als Achter oder auf der 10. Position spielen möchte, konnte Sabitzer nicht eindeutig beantworten, ich fühle mich auf beiden Positionen sehr wohl. Das hoffe ich von mir selbst, aber ich fühle mich gut und bin sehr motiviert, sagte der 79-fache Nationalspieler diplomatisch. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied. Und das ist eine Umrüstung und eine Umrüstung und eine Umrüstung und eine Umrüstung.